So, ich weiß ja, warum ihr hier seid. Stone Tower Games zocken. Die Idee kam mir gestern Abend, weil privat mache ich das eigentlich relativ oft. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wird das ganz witzig, wenn ich das mal ins Video bringe. Ich kann nicht versprechen, ob es jetzt witzig wird. Wird es langweilig? I don't know. Aber ich habe gedacht, let's try it out. Ich würde dann sagen, ich verleibe mir jetzt mal einen schönen Dübel rein. Und wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder. Leute, ich würde es nochmal aus der Aufstimme. Wie gesagt, habe ich nicht gewusst, wie es wird. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob es funny wird oder halt komplett lame. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es ist interessant geworden. Im ganzen Video, das ungefähr eine Stunde geht, habe ich drei Sachen gesagt. Einmal zum Beginn des Videos, das hier. Okay Leute, dann gehen wir mal rein in die Klapse. Und ein paar Minuten später dann das hier, wo ich schon geahnt habe, wo es hingeht wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ultra langweilig wird oder irgendwie witzig. Weil wenn ich stoned bin, rede ich eigentlich nicht so viel. Und naja, das dritte und letzte, was man dann von mir gehört hat, war folgendes. Nicht so gut für Let's Plays. Aber ich glaube, es sind trotzdem ein paar funny 10 entstanden in der einen Stunde. Weil ich kann mich noch daran erinnern, ich habe sehr oft versucht, also Speedrun-Methoden zu testen, die ich in anderen Videos mal gesehen habe. Und wenn ihr Bock habt, dann schnibbel ich da mal was zusammen. Und wenn nicht, dann auch nicht. War auf jeden Fall interessant. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Haut rein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann.